Hallo Leute, herzlich willkommen auf der Stunner Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und heute spielen wir Emergency Hamburg. Wir spielen heute natürlich den Gelenkbus. Ist doch klar. Und wir machen auch die Stadtbusfahrt. Genau. Oh, ich bin zu schnell gefahren. Ups. Genau. Und wir fahren heute mit dem Gelenkbus. Ist auf jeden Fall geiler. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus. Und ja, heute fahre ich einfach mal ein bisschen russ. Habe ich jetzt eben nicht mehr gemacht. Könnte sein, dass meine Nase ein bisschen zu ist, weswegen ich eventuell anders klinge. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wir fahren jetzt erstmal rechts rein. Und ja, eigentlich sollte heute Ark 12 Evolved kommen. Allerdings gibt es Probleme bei dem Spiel. Also ich kann das Spiel nicht starten. Und deswegen, also ich kann halt einfach das Spiel nicht mehr starten. Und kann dementsprechend das Spiel auch nicht mehr spielen. Also es geht gar nichts mehr. Ich habe alles geprobiert, irgendwie das noch zu fixen. Aber funktioniert nicht. Also im Prinzip kann ich dieses Spiel jetzt nicht mehr spielen. Und auch kann Videos darüber mehr machen. Ähm, ja. Ich gucke, ob ich das Problem irgendwie noch behoben kriege. Ich glaube aber nicht. Allerdings kann ich mal den Support anschreiben. Vielleicht können die mir ja helfen. Ich wollte auch mal Fortnite auf den PC zocken. Geht auch nicht. Habe den Support angeschrieben. Das liegt irgendwie an denen. Und die wollen das beheben. Sehe ich ja, dass das behoben ist. Also es ist schon seit über einem Monat immer noch nicht behoben. Wo ich mir dann einfach nur denke. Ja, wann machen die das denn jetzt mal? Weil ich muss jetzt. Also ich spiele Fortnite praktisch immer über die Xbox. Das heißt. Also über die Xbox Series X. Darüber läuft dann halt. Also darüber mache ich auch FIFA und sowas. Weil auf dem PC das relativ kacke ist. So. Ich bin schon wieder der einzige Busfahrer hier. In der Stadt. Perfekt. Hier wird schon wieder geschossen ey. Hättet ihr eigentlich Bock, dass ich mal auf so einen RP-Server mitmache? Wäre bestimmt auch ganz geil eigentlich. Aber. Weiß ich nicht. Wollte auch mal GTA RP machen. Aber. Funktioniert auch nicht so richtig. Was ist mit der Straße hier passiert eigentlich? So. Okay. 50. Darf ich fahren? Ja. Aber es macht schon Bock, das jetzt zu fahren. Oh, da kommt ein Krankenwagen rausgefahren. Perfekt. Ja, Feuerwehr müsste ich auch mal wieder hier spielen auf Emotions in Hamburg. Kommt vielleicht das nächste Mal, wenn ich es nicht vergesse. Wenn ich es nicht vergesse, kommt nächstes Mal Feuerwehr. Soll ich denn jetzt hier rumkommen ey? Ah, hat funktioniert. So. Okay. Ich wieder. Ah, ich hab einmal minus 75 Euro gemacht. Aber du kriegst schon relativ viel mit dem Bus fahren, ne? Guck, guckt euch mal das an. Also hier hab ich sogar 10.000 gemacht. Ja. Es läuft. Achso, ich werd gucken, wie viele Polizisten es gibt. Oh, sechs. Ach man, jetzt hab ich, weil ich auf dem Handy geguckt hab, macht's natürlich bitte nicht in echt. Weil da passt jetzt sowas, dass ihr nämlich den Blitzer werdet. Oder holt euch einfach eine Blitz-App. Die ist auch gut. Also ist es eigentlich illegal, Blitz-Apps zu benutzen? Ne, ne? Also kannst du doch eigentlich benutzen. Was soll daran illegal sein? Die machen Blitzern eh nur Kohle. Irgendjemand dachte sich mal, was kann man machen, um irgendwie an den Autofahrern Geld zu verdienen? Oh, ich weiß. Wir machen einen Blitzer, der blitzt, wenn man zu schnell fährt. Ne, ist natürlich für die Sicherheit so gemacht. Aber ja. Hier sind nur so kleine Kie... Jetzt steht der da. Perfekt. Was man mal sagen muss, ist wirklich, dass auf Emergency haben wir euch nur kleine Kiege draufspielen, ne? Naja, egal. Egal. So. Aber ich denke immer, ich fahre hier zu schnell im Tunnel, aber man darf ja hier 100 fahren. Ja gut, der Bus hier schafft es nicht, 100 zu fahren. Aber egal. Also ich finde einen neuen Gelenkbus auf jeden Fall geil, ne? Das ist auf jeden Fall ein geiles Teil hier. Ich weiß gar nicht, ob es das beim LKW-Fahrer auch gibt, hier diese langen Dinger. Also so einen langen LKW. Okay, warum... Ich muss das nicht verstehen. Daran erkennt man wirklich, dass hier kleine Kiddies sind. Welcher Mensch fährt denn links? Oh. Genau auf der Haltelinie. Da darf ich zwar nicht nur hier stehen. Darf ich eigentlich so stehen? Weil der Bus hat ja den Reifen hier. Und normalerweise darfst du ja bis zu dem Rand mit dem Reifen... Oh, oh, ist grün. Also du darfst ja mit dem Reifen bis zum Rand. Aber mit dem Fahr... Also du bist ja mit der Fahrerkabine praktisch schon über der Linie. Da hast du wahrscheinlich sogar. Ja gut, kommt drauf an, ob du die Ampel siehst, ne? Kann ja auch sein, dass du die nicht siehst. Wenn du über den Strich fährst. Kommt irgendwo wieder Feuerwehr oder so. Oder Krankenwagen. Das kann auch sein. Ne, es ist Feuerwehr. Die Drehleiter. Und jetzt bin ich gerade gegen Parkschritt gefahren. Ah, ich hasse diese Kack-Dingens hier. Ich muss jetzt leider mal so fahren. So. Boah, das war knapp. So. Ach, jetzt wird es wieder rot. Das ist echt Kacke, Mann. Schwach. Wäre geil, wenn man so sehen könnte, wann es grün wird. Das wäre voll geil. Ja. Warum fahren die denn hier alle links, ey? Sind die hier alle besoffen? Junge. Man sieht das doch, dass man rechts fahren muss. Warum habe ich denn jetzt schon wieder Minus? Warum habe ich denn jetzt gerade wieder Minus gemacht? Egal. Egal. Aber das finde ich echt geil, dass das hier alles so aufgelistet wird, ne? Kannst du hier richtig einfach sehen, wie viel du verlierst und wie du Plus machst und so was. Keine Ahnung, was hier los ist, ich fahre einfach mal weiter. Ah, jetzt kann ich sogar auch hier Gates senden. Geil. Ah, man kann bis zu 8.000. Bis zu 8.000 kann man senden. So, jetzt mal anhupen und dann weiterfahren. Dieses Auto kommt hier auch nicht hoch, so wie ich. Das finde ich ein bisschen kacke, dass das so steil auch hier ist, ne? Aber egal. Was, vor wem ist hier eigentlich dieser grüne Lambo? Ist hier Montau auf dem Server oder was? Ist mir ehrlich. Der steht da schon aber auch... Der steht da auch einfach schon seit 10 Minuten. Jetzt wird dieser Appel auch noch rot. Äh. Jetzt blockiere ich hier einfach zwei so Straßendinger. Aber muss ich ja. Ich muss ja nach links. Also ein Gelenkbus ist da schon ein bisschen schwierig zu fahren, ne? Weil du musst... Du kommst ja da aus dieser Hallestelle sonst nicht raus, wenn es rot ist. Oder musst du da warten? Musst du da warten, bis es grün wird? Um dann die Spur zu wechseln? Oder darfst du auch einfach so... Aber dann blockierst du ja praktisch alles. Es ist jetzt echt mal eine interessante Frage. Ich spare ja immer noch auf diesen Bugatti, ne? Mal sehen, wann ich diesen Bugatti endlich gekauft habe. Ich werde ihn auf jeden Fall in einem Video kaufen. So, wie steht fest. Dazu muss ich dieses Spiel hier aber auch erstmal 100 Millionen Mal gespielt haben, um den zu kaufen. Aber ja. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren schreiben, was habt ihr für ein Auto? Also ich habe gerade den Porsche, glaube ich. Ja, doch den Porsche. Ich weiß gerade nicht, welcher Porsche. Ich glaube den 911er oder was auch mal das für ein Porsche sein soll. So. So. Zack. Okay. Jetzt ist hier gar keiner mehr bei der Feuerwehr. Entweder sind sie im Einsatz oder die haben die alle verlassen. Ja, die sind anscheinend im Einsatz. Was ich auch cool finde, ist, dass das hier immer noch bleibt. Du musst hier extra drauf drücken. Oh, ich will nicht geblitzt werden. Ups. So. Zack. Lassen wir auch gerne jetzt ein Abo und ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr weitere Videos über Immersion sehen wollt, wo ihr euch sehen wollt. So. Diese Baustelle hier wird auch nie fertig. So. Bitte einmal nach rechts. Ampel. Ampel. Mach jetzt grün. Ich will hier rüber. Jetzt werd doch mal grün, du blöde Kackampel, Alter. So. Vorfahrt. Gewehre. Sind hier aber auf jeden Fall mehrere in dem Ding. So. Kurz den Busfahrer da gegrüßt. Wie stehen die denn hier? Boah, ey. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Abonniert den Kanal. Und. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und euer Star-Out. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.